Leute, das ist ein Element des Periodensystems. Die Aufregung um die globale Erwärmung kommt als Wissenschaft daher, aber das ist keine Wissenschaft, das ist Propaganda. Kohlendioxid ist nicht die Ursache dieser Erwärmung. Die von Menschen verursachte globale Erwärmung ist längst nicht mehr nur eine Theorie über das Klima, sie ist eines der bestimmenden politischen und moralischen Themen unserer Zeit. Aktivisten sagen, die Zeit der Debatten sei vorbei, Kritik, egal wie wissenschaftlich fundiert, sei unzulässig, schlimmer noch, gefährlich. Ich bin einer der vielen Wissenschaftler, die meinen, dass das nicht stimmt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020